so willkommen zurück hallo ich glaube ich habe das problem entdeckt du warst unfähig ja das ist immer das problem und zwar ich glaube dass die pipes einfach zu schlecht waren dass sie einfach so viel energie verlieren auf dem weg dahin ach so dass die gar keine lust haben dazu transportieren ja die haben einfach keine lust mehr so und jetzt machen wir mal so diese methode gibt es auch bei autos wenn die luftmasse zu gering ist dann sagt der steuergerät aber sagt der steuergerät einfach ja dann machen wir mutter aus schaffte eh nicht damit euch über zombies na willst du jetzt funktionieren nein er will nicht funktionieren der will mich doch verarschen an die qualität der rohre liegt es dann wohl nicht das hat mich gerade drei diamanten gekostet boah es funktioniert nicht ja das ist ein ticket es steht es geht aber es geht nicht was hä ich verstehe das nicht das gibt es doch gar nicht gut an meine schaufel immer geht hier ist das nur gleich mal die kisten hier umstellen geht kaputt zombie du nervst mich auch ich merke gerade ich habe hunger geht denn nicht ne funktioniert überhaupt nicht schade aber auch mein gott was denn los hier heute ich habe jetzt keine lust mehr darauf vielleicht wissen ja die zuschauer was ich hier falsch mache bitte helft uns meldet euch bitte ich verstehe es ehrlich nicht so komisch mein gott oh man na gut machen wir halt nächstes mal weiter aber normalerweise hätte es doch klappen müssen denn du hast doch nachgeguckt also in deinem anderen ja in einer test welt ja da habe ich seit nicht über so lange distanz aber da habe ich eigentlich alles genauso gemacht ja ich verstehe es nicht das spiel will mich einfach ärgern da war ein creeper da sollten wir nächstes mal dran arbeiten ja ich habe mir viel zinn so lager beginnt dann ab hier oh spinne achtung spinne kaputt spinne tot ich baue das energy link mal woanders hin vielleicht ist der auch einfach defekt ja das wäre auch noch wenn ihr wenn man kaputte sachen bauen könnte gehen dann so irgendwann kaputt da muss erst mal fehlersuche machen ja kannst du so ein inventar aufmachen oder dann wieder so kabel verknüpfen musst obwohl nervig so naja mache ich halt ganz viel kabel teure kabel und rohre die nichts bringen nachher ja aber noch nicht so vor allem haben wir nicht genug diamanten dafür oh nee so lass den server einfach eine woche an dann haben wir doch genug ja so wie viel habe ich jetzt 18 damit komme ich nicht weit so da habe ich hier mal die erste wie viele felder müssen denn hinter den tunen frei sein für die rohre wenn man es einfach nur einsortiert viele so hälfte deswegen schaffe ich mit diesen kabeln mehr nicht ich kann den energy link ja mal hier hinstellen und mal gucken was dann passiert wahrscheinlich nix äh also ein wiki oh oh passiert was es funktioniert was ist los warte ich komme wtf muss wohl kaputt sein krass kannst auch runter kommen macht er da schon was ja der baut jetzt hier dieses gerüst auf und zerstört alle blöcke die dazwischen sind ach ja ich sehe schon alle weg boah die kriegen wir auch nie wieder aber es macht nix ist ja nur ein paar ich hoffe der macht nichts von unseren sachen kaputt ja lager ist da hinten jetzt so weg so wie bei diamant blöcke ne naja so hoch ist das nicht da fällt gerade kies rein geil was ist wenn ich dazwischen stehe nix und dann fängt der an da zu buddeln da können wir noch warten bis der das hat ach und die sachen bekommen wir oder was ja die werden dann durch die rohre weiter gepumpt hallo so bin ich mir gerade überlegt wie lange ich an meine monsterfalle dran war um die auszubuddeln ne oder ich bei meiner hexenfarm macht der druck zuck hier da war ich bestimmt 20 stunden dran boah das die meiste zeit mit ausleuchten da hat sich auf jeden fall gelohnt mein gott macht er das bis zu diesem gerüst hier oben ja viel schneller das jetzt abbaut und gleich wenn der arm da kommt ist der lange nicht so schnell boah unter dem baum da muss kann doch gar nicht gut gehen wächst der nach unten so mal sehen wie viel energie das verbraucht gleich so alles leer ganze laber weg ja schon halb leer nein boah braucht aber ganz schön viel energie da müsste man vielleicht noch einen geothermal generator anschließen da jetzt reicht das erstmal ich verstehe nicht warum das jetzt funktioniert hat muss das vielleicht mit glas faser kabel angeschlossen werden alles gleich fertig hier unten ja dann kann ich das gleich nochmal umbauen so und jetzt das war's wann kommt denn der arm ach ja da boah ja verdammt warte jetzt kommst du nicht hoch ne ne ma umbaut wo Das ergibt gar keinen Sinn. Doch, ich hab den in der Mitte eingebaut. Mal sehen, ob das hier klappt. Echt? Ja. Achso. Jetzt haben wir ein Problem, wenn das hier weiterfließt. Ich muss noch das Kabel da weiterführen. Da ist keine Truhe dafür, oder? Nee. Oh, oh. Ups. Ich mach alles kaputt gerade. Verdammt. So. Äh. Schneller. Wow. Äh. Truhe. Boah. Das war knapp. Also jetzt wird der Rest da rein. Ja, erstmal da rein. Ja, dann lass uns das nächste Mal hier hinterherlaufen. Und dann ins Lager rein. Ja. Oder halt in den Energy-Kondenser. Ach ja, geht auch, genau. Dann überflüssige dann. Das ist ganz schön viel. Krass. Ja, okay, dann würde ich sagen, bänden wir hier den Part. Genau, und dann sag ich einfach mal, bis in der nächsten Folge von Techit. Tschüss. Tschö. doof. Ja.